Was sind Schnecken, die blau-weißen, die rumkriechen, die zu einem Viereck kriechen? Ich glaube, es sind keine echten Schnecken. Ja, doch schon echte Schnecken, aber irgendwie da reingemacht. Nein, keine Ahnung. Irgendwie, dass die das extra machen. Entweder die gehen alle zusammen zu einem Viereck, zu einem Quadrat, oder die gehen langsam auseinander. Und jemand hat die am Anfang an eine Position gestellt. Was ich an dem Bild ein bisschen komisch finde, an dem ersten, da weiß man nicht, ob die alle von sich aus in ein Viereck gegangen sind, oder ob es der Künstler bzw. Künstlerin so zusammengesetzt hat. Ich glaube, das sind irgendwelche Attrappen, irgendwelche Nachbildungen, die halt zusammengesetzt wurden nach und nach. Weil das würde nicht, in echt würde das nie eine Schnecke machen oder so.